RB Leipzig bietet Eintracht Frankfurt über 25 Millionen Euro für die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers Jesper Lindström. Das sagt Transferexperte und Kautov-Siede-Kolumnist Christian Falk, der behauptet, die Deutschen stünden in direkter Konkurrenz zu Mikel Artetas Arsenal um die Verpflichtung des talentierten dänischen Spielmachers aus Frankfurt. Lindström, der ähnliche Eigenschaften wie sein Landsmann aufweist und in die Fußstapfen von Gunners Kapitän Martin Odegaard treten möchte, ist bei Arsenal gefragt, aber es gibt keine Garantie dafür, dass der 23-Jährige einen großen Wechsel in Englands höchste Spielklasse besiegeln wird. Und das liegt daran, dass RB Leipzig bisher unermüdlich auf der Jagd war. Nachdem ihr erstes Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro fast sofort abgelehnt wurde, bereitet die Mannschaft von Marco Rose laut Falk ein verbessertes Angebot vor, eines, von dem sie hoffen, dass ihre heimischen Rivalen es annehmen. RB Leipzig ist ein weiterer deutscher Verein, der aussieht, als säße er mit einem englischen Kollegen am Pokertisch, und sein Objekt der Begierde ist Eintracht Frankfurts dänischer Mittelfeldspieler Jesper Lindström, schrieb Falk in seiner Cougth of Siede-Substack-Kolumne. Arsenal ist ebenfalls an dem Spieler interessiert und nachdem Leipzig mit seinem ersten Angebot von 25 Millionen Euro gescheitert ist, bereitet der Bundesligist nun ein zweites höheres Angebot vor, um die Nordlondoner bei der Verpflichtung zu übertreffen. In seinen ersten beiden Jahren in Frankfurt erzielte Lindström, dessen Vertrag noch drei Jahre läuft, in 77 Einsätzen in allen Wettbewerben 14 Tore und lieferte 13 Assists.